Der Einhorn-Tag heißt Einhorn-Tag, weil, das werdet ihr gleich verstehen, das fängt schon morgens an. Ey, Mann, ey! Schon nett! Nettie! Fettie! Nettie! Wenn die uns zusammen sehen, wird die wieder rüber. Die schlimmsten Sachen schreiben sie. Und ihr habt wieder die Hefte raus und die Handys aus. Ich razzier dich. Heul doch! Im Internet gibt's keine Prügel. Ich kann dann machen, was ich will. Hey, Julius! Ma! Alles klar? Ja, hier. Geh! Über ein einziges klitzekleines Mal hab ich im Klassenchat geschrieben, dass sie mobben und dass sie damit aufhören sollen. Gleich ist doch nur Spaß. Ist nur Spaß. Du verstehst, wie ein Spaß, ne? Wenn's Spaß wäre, dann müsste ich's ja lustig finden. Was machst du denn heutzutage in deinem Zimmer? Ne? Mensch, jetzt lass sie doch auch mal. Sie darf doch auch Geheimnisse haben. Ja, und alle in der WhatsApp-Gruppe finden's auch lustig. Was denn für eine WhatsApp-Gruppe? Viel Spaß auf dem Einhorn-Fest! Na, sag mal Mausi, warum weinst denn du in meinem Bus? Bibi. Nix, alles gut. Ja? Hm? Na, dann holst du dich zur Schule! Ja? Ja? Na, du war? . Die Sendung wurde vom Zuhiggler. Ja? Vielen Dank.